Suchen Sie nach einer besonderen Wohnidee? Zaubern Sie doch in Ihrem Schlaf- oder Badezimmer ein Lichterhimmel der Extraklasse. Mit etwas handwerklichem Geschick funkeln eben nur die Sterne von der Decke. Für besondere Sternstunden bohren Sie in ein Brett genügend Löcher und befestigen Sie die blauen, weißen oder mehrfarbigen LED-Lichtfäden einzeln darin. Der mitgelieferte Adapter versorgt die Fieberoptikfäden anschließend mit Strom. Die leuchtenden und funkelnden Lichter hauchen jedem Raum das gewisse Etwas und eine angenehm entspannte Atmosphäre ein. Ob im Partykeller, Kinderzimmer oder Bad, diese raffinierte Deko-Idee verwandelt jedes Zimmer in einen echten Hingucker. Basteln Sie los, es lohnt sich!